Salve und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem lernst du, wie das Perfekt Passiv im Deutschen gebildet wird und die Bildungsregeln für das lateinische Perfekt Passiv. Na nun, was macht denn diese Box hier? Es steht Perfekt Passiv darauf. Schauen wir doch einmal, was sich darin befindet. Ah, ein Puzzle mit drei Puzzleteilen. Wir haben einmal das Wort WORDEN, ein Teil mit der Beschriftung Partizip Perfekt, das nennt man auch Partizip 2 und BIN, BIST, IST, SIND, SEIT, SIND. Das sind doch die Formen des Hilfsverbs SEIN. Daraus lässt sich offenbar ein Perfekt Passiv legen. Probieren wir es mit einem Beispielsatz aus. Markus ist gelobt worden. Nun, IST haben wir auf einem Puzzleteil stehen. Gelobt ist ein Partizip Perfekt. Und WORDEN steht auch dort. So passen die Teile zueinander. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Ich bin gesehen worden. Ja, auch hier sind alle drei Teile enthalten. Zur Sicherheit noch ein drittes Beispiel. Die Freunde sind ermahnt worden. Wir sehen, auch hier sind alle drei Bestandteile vorhanden. Halten wir also fest. Das deutsche Perfekt Passiv wird gebildet aus einer Form des Hilfsverbs SEIN, dem Partizip Perfekt und WORDEN. Hier können wir das Ganze auch noch einmal als Tabelle sehen. Versuche es doch in der folgenden Übung auch einmal. Nun wollen wir aber zum Lateinischen kommen. Unser Satz Markus ist gelobt worden. Lautet auf Latein Markus Laudatus est. Wir erinnern uns. Im Deutschen besteht das Perfekt Passiv aus einer Form des Hilfsverbs SEIN, dem Partizip Perfekt und WORDEN. Wenn du auf den Deutsche gelobt seinen Ursprung bei einem Verb und ist demnach das Partizip. Im Lateinischen nennen wir es Partizip Perfekt Passiv, kurz PPP. Est ist vergleichbar zum deutschen Hilfsverb SEIN, eine Form von ESSE im Präsens. Damit ist das lateinische Partizip Perfekt Puzzle abgeschlossen. Etwas wie das deutsche WORDEN gibt es anscheinend nicht. Halten wir unsere Vermutung noch einmal fest. Das Perfekt Passiv wird aus einem Partizip und einer Form von ESSE im Präsens gebildet. Nun dürfte dir die Form des Partizips Laudatus neu sein. Wie ist es zusammengesetzt? Bekannt ist dir der Präsensstamm Laudar. Neu hingegen ist die Endung TUS. Formulieren wir daraus auch eine Vermutung. Das Partizip besteht aus dem Präsensstamm und der Endung TUS. Ob diese Vermutungen stimmen, wollen wir jetzt überprüfen. Sechs Sätze habe ich für dich vorbereitet, die du gleich übersetzen sollst. Gehen wir sie einmal gemeinsam durch. Markus a magistro laudatus est. Claudia Cua ego non laudata sum? Markus etiam tu a magistro laudata es. Magister vos ame laudati estes. Markus nos laudati sumus. Ingenia marci et claudiae a magistro laudata son. Übersetze nun schriftlich, halte dazu das Video an und setze es fort, wenn du fertig bist. Fertig? Dann wollen wir jetzt die Übersetzung besprechen und prüfen, ob in allen Sätzen das Perfekt passiv aus einem Partizip und einer Form von esse im Präsens gebildet wird. Satz 1 lautet übersetzt. Markus ist vom Lehrer gelobt worden. An laudatus est erkennen wir Partizip und Form von Esse wieder. Satz 2. Claudia fragt, warum bin ich nicht gelobt worden? Laudata sum ist wieder Partizip und Form von Esse. Satz 3. Markus sagt, auch du bist vom Lehrer gelobt worden. Hier ist ebenfalls beides vorhanden. Beim vierten Satz, der Lehrer sagt, ihr seid von mir gelobt worden, haben wir beide Bestandteile. Satz 5 lautet. Markus sagt, wir sind gelobt worden. Und auch hier liegen ein Partizip Perfekt passiv und eine Form von Esse im Präsens vor. Der letzte Satz heißt übersetzt, die Begabungen von Markus und Claudia sind vom Lehrer gelobt worden. Mit laudata sunt sind beide Teile vorhanden. Wir sehen also, dass unsere Vermutung stimmt und können diese abhaken. Doch wie sieht es mit unserer zweiten Vermutung aus, dass das Partizip aus dem Präsensstamm und der Endung TUS besteht? Schau noch einmal auf die Partizipien. Stimmt unsere Vermutung? Nein, nur beim ersten Satz liegt die Endung TUS vor. Bei den anderen haben wir andere Endungen. Bei einem genauen Blick auf die Endungen und die jeweiligen Bezugswörter können wir jedoch eine Ähnlichkeit zu einer anderen Wortart feststellen, den Adjektiven der A- und O-Deklination. Unsere Vermutung stimmt also nicht ganz. Wir müssen eine Ergänzung vornehmen. Das Partizip besteht aus dem Präsensstamm und der Endung TUS A- um. Es wird dekliniert wie Adjektive der A- und O-Deklination und passt sich dem Subjekt an. So stimmt es. Nun möchte ich dir noch einen weiteren Satz zeigen, denn tatsächlich fehlt uns noch eine Form. Amici nun solum macum laudatum esse sciunt. Hast du eine Vermutung, wie dieser Satz übersetzt wird? Das Wort sciunt am Ende des Satzes gibt einen Hinweis auf eine bestimmte Konstruktion, den A-C-I. Überlege kurz, wie die Übersetzung lauten könnte. Die Freunde wissen, dass nicht nur Markus gelobt worden ist. Schau dir laudatum esse an. Welche Form liegt hier vor? Laudatum esse ist der Infinitiv perfekt passiv, erkennbar am Infinitiv esse. Nun wollen wir noch einmal alles übersichtlich zusammenstellen. Zunächst die Formen als Tabelle. Wir erkennen, das perfekt passiv wird zusammengesetzt aus dem Partizip perfekt passiv PPP und einer Form von esse im Präsens. Das PPP wird regelmäßig gebildet aus dem Präsensstamm und der Endung TUS A- um. Es richtet sich im Numerus und Genus nach dem Subjekt. Schreibe dir diese Seite für deinen Grammatikordner ab. Halte dazu das Video kurz an und setze es fort, sobald du fertig abgeschrieben hast. Da für das Partizip perfekt passiv PPP eine neue Form benötigt wird, kommt nun eine neue Stammform zu den Verben hinzu, die man auswendig lernen muss. Aber ich habe zwei gute Nachrichten für dich. Die erste ist, dies ist die letzte Stammform, die gelernt und abgefragt wird. Und die zweite gute Nachricht ist, dass sehr viele regelmäßig gebildet werden, wie wir es ja schon gesehen haben. Zum Beispiel bei laudare, laudo, laudavi, laudatum oder audire, audio, audivi, auditum. Probiere es doch selbst einmal in einer kurzen Übung aus. Es gibt aber auch Verben, wo es leichte Veränderungen gibt. Unsere TUS A- umregel aber noch gilt. Zum Beispiel monere, monio, monui, monitum. Mit dem I vor dem TUM tritt eine leichte Lautveränderung ein. Tatsächlich gibt es aber auch Verben, da verändert sich noch mehr. Ein Beispiel wäre pellerin, pello, pepoli, pulsum. Wegen dieser Unregelmäßigkeiten kommt diese Stammform zum Lernen noch hinzu. Damit wären wir nun fast am Ende des Videos angekommen. Weil das ganz schön viel war, kannst du nun mit einem kleinen Quiz überprüfen, ob du alles verstanden hast. Wenn du noch Fehler gemacht hast, ist das gar nicht schlimm. Schaue das Video oder die Teile, die dir noch unklar sind, noch einmal an und versuche es erneut. Hast du noch Fragen oder bist dir unsicher? Dann frage in der nächsten Lateinstunde deine Lehrkraft. Wenn du alles richtig gemacht hast, gratuliere ich dir. Damit wären wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.